Dieses Weihnachten ist die Kacke am Dampfen. Kennen wir uns? Naja, also ich kenn dich. Weißt du warum? Weil ich bei aller Bescheidenheit der Beste in der Branche bin. Was soll denn das für eine Branche sein? Problembusiness. Und Enes hat ein verdammt fettes Problem. Drum hab ich mir gedacht, ich helf dir und du hilfst mir. Um seine Familie und Weihnachten zu retten. Alles, was du bisher gemacht hast, hast du für das Vermächtnis deines Vaters getan. In nur einer Nacht kannst du deine gesamten Schulden loswerden. Macht er den dämlichsten Deal seines Lebens. Daher wollten wir sie bitten, ob sie uns helfen können. Ihr Auftrag, die beschissenste Mission der Welt. Stuffy Valley. Warte, hast du uns auch wirklich akrobatisch geplant? Das heißt akribisch und nicht akrobatisch. Aber wie bescheuert bist du denn? Ich fürchte, ich hab's gerade die Büchse der Pandora geöffnet, nicht wahr? Es gibt eine Menge Leute da draußen, die diesen Staatsbesuch verhindern wollen. Die beste Weihnachtskomödie des Sommers. Ein Film von Flo Lackner.